Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prison Archirekt, die Staffel Nummer 6, Tag Nummer 43, Folge Nummer 47 dürften wir mittlerweile haben, es dürfte auch Freitag sein und damit möchte ich natürlich alle Leute herzlich begrüßen zu dieser wunderschönen neuen Episode, die ja jetzt, naja, wieder neuerdings um 12 Uhr rauskommt. Ich meine, der eine oder andere wird das schon seit einigen Episoden bemerkt haben, ich glaube, seit der Episode, die am 1. Oktober rausgekommen ist, dürfte es eigentlich, das dürfte eigentlich Folge 42 gewesen sein, glaube ich, kommen die ganzen Episoden von Prison Architekt auf euren Wunsch hin wieder um 12 Uhr raus. Was heißt auf euren Wunsch hin? Ich habe mal in den Kommentaren geschaut, dass sich einige wünschen, dass Prison Architekt öfter kommt, da kann ich leider nicht so schnell was dran machen, aber an der Uhrzeit kann ich natürlich was ändern, wann es rauskommt. Es wird sich nämlich gewünscht, dass das Ganze ein bisschen früher rauskommt am Tag, nicht immer erst um 15 Uhr, dass man das irgendwie beim Mittagessen schauen kann oder sowas. Ich meine, wenn es jemandem Spaß macht, natürlich gerne, ich passe mich da gerne euch an, in diesem Sinne, ab sofort gibt es Prison Architekt um 15, äh, um 12 Uhr statt um 15 Uhr, so rum macht der ganze Satz irgendwie mehr Sinn. Es ist gerade Essenszeit, äh, ja gut, unsere Leute hier sind natürlich am Schlafen, weil ich versehentlich vergessen habe, dass die Türen hier unten nicht mehr gehen, aber pfft, wen juckt's, macht ja nix. Äh, unsere Küche haben hier gerade ein bisschen Langeweile, weil hier unten wird gerade alles demontiert, aus irgendwelchen Gründen, achso, logisch. Äh, weil die Türen hier unten nicht aufgehen, muss ich natürlich mal eben nicht darum kümmern, dass das dann doch irgendwie funktioniert. So könnte sich vielleicht irgendjemand darum kümmern, diesen Herd abzureißen, das wäre ganz wundervoll. Momentan ist Freizeit, das heißt, äh, die sind sowieso gerade mit sich selber beschäftigt und wir müssen mal eben prüfen, ob hier nicht eventuellerweise, es ist doch ein bisschen kalt mittlerweile im Gebäude. Naja, das sind Kleinigkeiten, auf die kann keine Rücksicht genommen werden, meine Damen und Herren. Äh, ihr seht schon, ne, also es ist, es ist ein klein wenig kalt geworden, aber das macht ja nix. So, äh, ich hab hier übrigens letztes Mal vergessen, irgendwie mal mich um Warmwasserversorgung für diesen Trakt hier, äh, zu kümmern. Eventuellerweise sollte ich das machen, in weiser Voraussicht, dass ich ansonsten vermutlich ein paar, äh, oder ich mir vermutlich ein paar Freunde machen werde. Das heißt, da kommt auch nochmal eine Heizung rein, damit die hier wenigstens ein bisschen friedlicher sind. Ähm, wir arbeiten, wie gesagt, immer noch an der Stromversorgung für den Trakt, den wir ja hier unten angefangen haben. Und jetzt ist gerade Schlafenszeit, das heißt, wir machen jetzt mal Razzia, die ich ja eigentlich schon vor zwei Folgen gemacht haben wollte. Aber wir müssen jetzt mal aufpassen, wo hier überall so Tunnel im Boden stecken. Eieiei, wie viel, oh, was haben wir hier, Schmuggelgüter. Dieses ganze Gefängnis ist der größte Drogenumschlagplatz der Welt. Meine Güte, ey. Knüppel finden wir, Schlüssel finden wir, wir finden alles. Aber noch keinen Tunnel. Das finde ich angenehm und sehr begeisternd, weil ansonsten haben wir vermutlich irgendwann Kosten, ne? So ein Tunnel kostet Geld, was wir jetzt hier finden, kostet uns mal noch kein Geld. Das ist alles nicht so tragisch. Aber ihr seht schon, es wird so, oh doch, da haben wir einen Tunnel. Und da haben wir auch einen Tunnel. Oh, 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 oh. So, weiter geht's. Eieiei, ich glaube, wir haben so, wir haben kleine technische Probleme. Ihr seht das schon, da ist auch eine Holzspitzhacke gefunden. 1.014 Orte müssen durchsucht werden. Wir sind bei 950, 960, 70. Also es geht voran. Langsam, aber sicher zumindest. Währenddessen da unten an der Stromversorgung gearbeitet wird, können wir uns das Ganze hier mal friedlich angucken. Und wir sind bei 1.000 und... Mit den letzten Bauern immer am längsten. Da oben ist auch noch was gefunden worden. Ja, einen Schlüssel haben wir auch noch mal gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Komm, jetzt, ah, Stromversorgung geht da unten schon wieder. Guck eine an. Und 1.011, 13 und 14. Ja, meine Damen und Herren, das Resultat sind zwei Tunnel, die wir jetzt hier vorne beheben müssen. Ich mache mal ganz kurz hier den Trick 17 und mache das einfach über die ganze Karte, damit ich hier auch ja keinen Tunnel vergesse. Es wird gearbeitet daran, dass das ganze System dann hinterher funktioniert. Und es gibt jetzt auch wieder friedlich Essen. Leider nicht für unsere Hochsicherheitsgefangenen. Die habe ich eventuellerweise vergessen bei der ganzen Sache. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier unten zwei neue freie Räume, um die wir uns kümmern müssen. Und um die werden wir uns jetzt kümmern. Indem wir jetzt mal eben in dieser Episode quasi die Küche vorplanen. Wir müssen in diesen Raum eine Küche reinbekommen. Und weil ja dieser Ladenraum mit frei geworden ist, können wir uns noch überlegen, ob wir nicht was anderes noch mit da reinbauen. Und ich wäre schwer daran dann überlegen, ob wir hier nicht eventuellerweise einen Unterrichtsraum reinmachen sollen. Weiß ich aber nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist. Weil irgendwie ist das Ganze doch ein bisschen komisch, wenn wir das so machen würden. Wir haben auf jeden Fall eine Bücherei, Krankenstation, alles. Postraum braucht man natürlich theoretisch auch. Aber die Post vom Eingang bis hier hinten hin zu tragen, das wird das Spiel vermutlich ein bisschen ineffizient machen. Ich gehe mal ganz kurz eben die Räume durch. Ruhigwäscherei macht keinen Sinn, Besucherraum, Putzmittelschrank ist immer so 0815, wenn man sonst nichts Besseres hat. Das geht natürlich. Zwinger macht keinen Sinn, den bauen wir ja separat ein. Das bedeutet, ich wäre tatsächlich bei einem Klassenraum am meisten interessiert, den wir jetzt hier oben reinbauen können. Aber da werden wir uns natürlich, wir brauchen ja ein 5x5 für den Raum. Das heißt, hier müssen wir sowieso ein bisschen was abreißen. Mein Gedankengang wäre jetzt erstmal hier unten fokussiert. Zum einen brauchen wir nämlich jetzt Platz für einen weiteren Warmwasserklotz, den wir hier irgendwie reinstellen können. Und ich glaube einfach mal, oder ich probiere jetzt einfach mal was aus. Die Tür muss ja bleiben, weil die können wir jetzt schlecht versetzen. Außer wir schieben das Ding nochmal eine Etage hoch und machen die da unten hin. Aber mir gefällt die da zentral eigentlich schon ganz gut. Sagen wir mal, das hier würde jetzt genauso bleiben. Hier käme jetzt ein Klassenraum rein. Das könnte man ja theoretisch so arrangieren. Dann wäre das hier unten die Küche. Und diese Küche könnte natürlich... Na, wobei, das ist aber auch irgendwie nichts gescheit. Ich plane jetzt einfach mal von hier unten die Küche. Wir brauchen eigentlich nur ganz wenig hier in dieser Küche. Das muss man auch, das darf man nicht vergessen. Wir machen zwei Kühltruhen hier rein. Wir machen dann zwei Herde. Und warte mal, einen Herd und eine Spüle. Und da nochmal einen Herd hin. Und der Zwischenraum dazwischen, der kann eigentlich genauso bleiben, wie er jetzt ist. Außer, dass wir natürlich hier theoretisch nochmal zwei weitere Stellplätze hätten, die man nutzen könnte. Ich plane die jetzt einfach mal ein, ob man die jetzt braucht. Lassen wir mal dahingestellt sein. Danach könnte man hier das Ding zumachen. Wäre recht simpel, ist aber natürlich auch zu einfach. Mein Ziel ist es eigentlich zu sagen, hier vorne kommt noch dieser Warmwasserklotz neben. Und wenn wir hier schon diese Abtrennung machen mit einem Kühlraum, dann könnte man eigentlich sagen, müssen wir das Ganze eigentlich für den Warmwasserraum hier unten genauso groß machen, damit das halbwegs symmetrisch aussieht. Das heißt, man könnte das Ganze so gestalten, dass man jetzt sagt, da kommt der Warmwasserraum rein. Hier kommt dann... Na, wobei, das macht auch keinen Sinn. Das sieht auch irgendwie doof aus. Missfällt mir. Es missfällt mir. Wir könnten sagen... Was können wir denn noch sagen? Wir könnten sagen... Wir sparen uns einfach den Gedankengang, den ich hier gerade eben hatte. Wir können ja auch einfach so machen. Das hier wäre jetzt der Warmwasserraum. Dann könnte man hier sagen, da kommt jetzt mal, ne, die beiden Dinger hin. Hier kommen dann zwei Herde hin, aber dann habe ich... Ne, hier kommt... Ne, das macht auch keinen Sinn. Ach, das ist doch alles Mist hier. Verdammt, den kann ich da irgendein... Ich spare mir den Warmwasserraum mal auf. Der kommt hier oben irgendwie bei. Ich weiß es nicht. Also, ganz simples Prinzip. Wir machen erst einmal da eine Spüle hin. Dann machen wir hier... Da nochmal eine Spüle hin. Dann machen wir da zwei von... Ne, ne, ne. Wir machen da zwei Herde hin. Oder eine Kühltruhe. Und da zwei Kühltruhen. So. Geht. Ne, können wir so... So machen. Gut, dann haben wir nämlich jetzt nochmal die Küche fertig. So. Und jetzt muss ich mir wirklich den Gedanken machen, ob ich die Tür da oben an der Stelle stehen lassen möchte. Ich glaube, ich werde die tatsächlich hier an diese Stelle setzen. Und dann werden wir das hier oben als Klassenraum deklarieren. Das zumindest wäre mein Ziel. Das würde dann so aussehen, dass wir dann diese Wand hier wegreißen müssten. Also, ich mache das mal ganz kurz eben. Wir müssen nämlich einmal das hier demontieren. Und dann müssen wir die Tür hier demontieren. Da hast du ja gerade sowieso Freizeit zu. Und dann kannst du hier unten diese Tür, die du gerade demontiert hast, da wieder einbauen. Zack, bumm. Du hast ja sowieso gerade nichts zu tun. Ach, verdammt. Der geht leider Gottes wieder weg. Aber natürlich kommt hier vorne logischerweise direkt die Wand wieder hin. Und da kommt natürlich auch eine Wand wieder hin. Und dann kommt hier die Mittelwand natürlich raus, weil die braucht natürlich kein Mensch mehr. Auf der anderen Seite kommt natürlich da eine Lampe hin und da der Serviertisch wieder hin, weil den haben wir jetzt natürlich unbeabsichtigt entfernt. Danach kommen hier weiße Fliesen rein, weil das soll ja eine Küche werden. Und ich habe hier übrigens hier oben auch vergessen, das Sicherheitsbüro halbwegs modern auszustatten. Deswegen werde ich das mal ganz kurz eben machen. Das wird natürlich mit Parkettfoden ausgelegt. Das darf sich mal jemand noch drum kümmern. In die Küche können wir dann auch die komplette Einstellung, hoppala, die komplette Einstellung schon mal reinbauen. Das heißt, wir brauchen natürlich... Achso, das ist ja noch gar nicht als Küche ausgewiesen. Äh, Küche da. Also das hier ist auf jeden Fall die Küche. Da kommt dann auf jeden Fall schon mal eine Spüle rein. Die können wir ja recht fix bauen. Natürlich kommen dann hier vorne mal zwei Herde rein. Und dann kommen hier vorne zwei Kühltruhen rein. Und selbstverständlich einmal eine Heizung. Wo ich jetzt natürlich noch nicht weiß, wo das am sinnvollsten stehen wird. Vermutlich kommt die hier unten hin, weil neben der Spüle dann Platz dafür ist. Und ein Mülleimer braucht das ganze Ding eigentlich nicht unbedingt. Ein großes Fenster kommt natürlich da und da hin. Und ansonsten dürfte jetzt eigentlich das ganze Kunstwerk hier vorne recht gut unterwegs sein. Ich priorisiere jetzt mal die Tür hier unten, aber vermutlich ändert sich da auch nichts dran. Fliesen bauen. Ja gut, wenn die Fliese drin ist, ist auch schon mal ein Durchgang da. Das ist viel wichtiger. So, die Küche hier vorne, die ist natürlich dann hinterher... Äh, nee, das soll eigentlich nicht der Fall sein. Die Küche ist natürlich hinterher hierfür zuständig, völlig allein. Sie ist für diese beiden Bereiche zuständig, warum auch immer das Sicherheitsbüro eine Küche braucht. Und natürlich hierfür, genau, das ja auch ein großer Abschnitt ist. Ähm, ihr seht schon, das Ganze ist ein recht komplexes System. Und wir müssen natürlich hier vorne auch bedenken, einmal die komplette Elektrik rauszureißen, die wir jetzt hier so reingeprügelt haben. Ne, die macht nämlich sowieso keinen Sinn mehr. Die kann raus. Und das gleiche gilt übrigens auch für die komplette Kaltwasserversorgung. Alles, was ab hier... Ähm, nee, das natürlich nicht. Äh, alles, was ab hier jetzt quasi runtergegangen ist, bis dahin kommt jetzt erstmal raus. Und natürlich kommt auch hier die Warmwasserversorgung raus. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Weil die macht natürlich jetzt mittlerweile auch keinen Sinn mehr. Ja, also das darf man immer, immer nicht vergessen, dass man so einen Käse natürlich auch rausbauen muss. Wenn er völlig überflüssig geworden ist. Ähm, wir kümmern uns jetzt mal ganz kurz darum, dass das klappt. Hier vorne kommt natürlich auch nochmal das Ding hin. Ich glaube natürlich, theoretisch hätte ich jetzt hier auch ein bisschen was drin lassen können für entsprechende Heizungen, die wir hier reinbauen müssten, theoretisch. Ich baue die jetzt nämlich mal ganz kurz eben da rein, nämlich an diese drei Stellen. Ihr seht schon, das Ganze wächst und gedeiht. Wie warm ist es eigentlich hier im Innentrakt? Da sind genug Heizungen für vorhanden. Gut, dann geht's ja noch. Und ihr seht schon, das Ganze wird gebaut, vorbereitet, wie sich das gehört. Auch da ist die Wand jetzt zu. Natürlich kommt die ganze Versorgung noch raus und die Küche ist wieder nur für Personal. Zugewiesen, wer hier was macht, ist ja sowieso schon. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Probleme oder dürfte es keine Probleme geben. Und hier vorne wird natürlich gerade noch an der Stromversorgung gearbeitet. Das heißt, der Käse kann natürlich auch nochmal raus. Der ist nämlich auch überflüssig. Und hier oben, das kann auch raus. Das ist nämlich auch überflüssig. Kennt ihr ja mittlerweile schon. Ja, genau. Ihr müsst natürlich einmal einen Umweg laufen. Dürft ihr nicht vergessen. Jawohl, vielen Dank. Und dann hier unten das Ding natürlich wieder rausbauen, weil das darf auch nicht sein. Gut. So, was fehlt jetzt genau? Wir brauchen einmal eine Wasserversorgung und wir brauchen immer noch diesen Raum für den Warmwasserboiler, der ja hier irgendwie rein muss. Das heißt, eigentlich macht sich dieser Raum hier vorne gerade perfekt dafür, weil hier vorne sowieso so eine Wand ist. Das kann man eigentlich ganz schön dann mit da reinpacken. Ich mache den jetzt mal eben hier zum Warmwasserraum, weil der eine Warmwasserboiler, den wir jetzt da oben stehen haben, der reicht für dieses komplette Netzwerk nicht aus, bedauerlicherweise. Oder aber, was wir auch machen könnten, wir sparen uns den und ziehen einfach, was glaube ich auch viel sinnvoller ist, eine Warmwasserleitung von hier hinten nach hier hinten. Wenn der Satz Sinn macht. Und ziehen die jetzt hier vorne wieder hoch, was ja auch wieder Sinn macht. Und ziehen die dann natürlich hier vorne einmal durch nach da. Und was von da kommt, ist natürlich jetzt gerade genau ein Millimeter zu wenig. Den kriegen wir aber auch wieder hin. Das heißt, alles, was jetzt hier ist, kann auch in die Tonne. So. Das kann auch mal eben rausgebaut werden. Und das war, ja, die Rohrleitung hier, die kann ehrlich gesagt auch bis da oben hin wieder zurückgebaut werden. Die braucht nämlich kein Mensch. Ähm, ansonsten darf hier theoretisch das Ding noch mit Kaltwasser versorgt werden. Da können wir uns eigentlich mal drum kümmern, dass das auch funktioniert. Äh, ich bin dafür, dass wir das da oben dran anschließen. Und alles andere. Hier vorne muss natürlich das Stromkabel wieder repariert werden. Kennt ihr ja schon. Das sind so jetzt so natürlich diese nervigen Fusselarbeiten. Aber die müssen natürlich gemacht werden, weil sonst funktioniert der ganze Laden hier ja nicht so, wie wir uns das vorstellen. Hier oben, das Ding braucht übrigens noch eine, eine Wasserzuspeisung oder Einspeisung. Das kann man jetzt mal nennen, wie man möchte. Ähm, die muss natürlich noch erfolgen. Und zwar erfolgt die über ein großes Wasserrohr, damit dieses Ding auch entsprechend Reichweite hat. Theoretisch könnte man das auch einfach mit einem kleinen Wasserrohr machen. Weil, äh, dazu müssen wir, ganz ehrlich, dazu müssen wir jetzt erstmal hier oben das Ding rausbauen. Weil das, wo das steht, macht sowieso schon mal gar keinen Sinn. Ähm, das Ding kommt auf jeden Fall raus. Genauso wie das bis dahin. Das ist erstmal der wichtigste Schritt jetzt. Äh, und wenn der raus ist, müssen wir natürlich die große Wasserleitung wieder irgendwie in Gang setzen. Beziehungsweise wieder reparieren. Weil ist ja schon was verloren gegangen. Und hier vorne, das darf man auch nicht vergessen. Heieiei, hier vorne, dieser ganze Strang ist ja mittlerweile auch völlig unnötig. Das heißt, auch hier muss wieder gearbeitet werden, meine Damen und Herren. Es ist ein Traum. Äh, abreißen von diesen Teilen darf natürlich nicht passieren. Wir werden die natürlich kurzzeitig stromlos machen. Aber, naja, lässt sich nicht vermeiden. Hier oben ist natürlich jetzt auch was im Gange. Ihr seht schon, wir müssen jetzt mal eben diese Fehler der Vergangenheit so ein bisschen in den Griff kriegen. Die wir da eventuellerweise verursacht haben. Auch hier wird gerade fleißig dran gearbeitet, dass dieser Warmwasserbeule rauskommt. Dann kommt jetzt hier vorne direkt mal die Wasserleitung wieder hin. Und die Stromleitung, die wir jetzt hier oben haben, können wir jetzt optisch gesehen auch bis hier unten hin durchziehen. Sieht nämlich, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, ihr seht schon, das ganze Kunstwerk hier vorne ist im Bau. Und wir arbeiten schwer daran, dass das Ganze dann funktioniert, irgendwann in 50 Jahren mal. Ähm, hier müssen wir uns, wie gesagt, jetzt überlegen, ob ein kleines Wasserröhrchen reicht für den ganzen Spaß oder eben nicht. Ähm, hier darf natürlich auch die Wasserleitung nicht komplett zerdeppert werden. Beziehungsweise, äh, muss rechtzeitig wieder repariert werden. Ich kümmere mich da ganz kurz mal drum, sobald hier alles mittlerweile mal fertig demontiert worden ist. Zack, zack, dankeschön. Hier, das muss natürlich wieder ans Netz. Und natürlich darf auch hier nicht fehlen, dass wir eine Stromversorgung wieder da dran machen. Ihr seht schon, das Ganze ist gar nicht mal so einfach hier. Aber es ist im Bau. Also, es wird irgendwann mal fertig werden. Und ich habe die große Hoffnung, dass das Ganze dann auch funktioniert. Oder so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Hier fehlen natürlich noch so 100.000 Tonnen an Wasserleitung. Ähm, es geht voran. Ja, Stromversorgung haben wir mittlerweile auch wieder. Da vorne wird auch Stromkabel gelegt. Jawohl, das Redundanzkabel sozusagen. Ähm, es geht voran, ne? Ich muss hier mich selber immer ein bisschen motivieren. So, hier unten der Warmwasserversorger schafft es je nachdem, wie weit. Ich bin mal gespannt. Also, ich muss mal gerade gucken, wie weit er hier mit dem Warmwasserrohr kommt. Ob wir dann da oben eine kleine Einspeisung oder eine große Einspeisung vornehmen müssen. Ich gehe mal von der großen Einspeisung aus. Äh, ehrlich gesagt, können, ich kann hier auch einfach eine große Einspeisung hinlegen. Was soll schon passieren? Machen wir es halt eben so. Da kommt einmal eine große Einspeisung hin. Und dann haben wir eigentlich hier unten diesen Abschnitt endgültig mal in den Griff gekriegt. Das ist aber auch wirklich eine Arbeit mittlerweile hier. Äh, eine Sache fehlt natürlich noch am Wasserrohr hier oben. Äh, wir brauchen nämlich hier auch nochmal einen Anschluss. Und den müsste ich natürlich auch irgendwie in den Griff kriegen. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nur noch nicht so ganz, wie das hier am sinnvollsten passiert. Was haben wir jetzt hier für einen Maßstab 13? Das heißt, wenn ich da bei 6 Metern hier in der Mitte einziehe, sieht das eigentlich am besten aus, ne? Ja, machen wir einfach mal. Wen juckt das schon? So, also ihr seht schon, es wird fleißig gearbeitet. Wir sorgen jetzt dafür. Und was hier natürlich noch fehlt, ist der Klassenraum. Den werden wir jetzt einbauen. Der kommt nämlich einmal hier hin. Und da müssen wir uns natürlich Gedanken darum machen, was wir da brauchen. Wir brauchen nämlich einen Schreibtisch und diese Schülertische halt da drin. Ähm, ich bin dafür, dass wir da mal einen Unterrichtsraum hier quasi sinnvoll gestalten. Ich glaube tatsächlich, dass der so am sinnvollsten aussehen würde. Ne, so am sinnvollsten aussehen. Und davor kommt dann jetzt hier vorne, nein, der Schreibtisch, nicht das Krankenbett. Und natürlich noch ein Stühlchen. So, und natürlich kommt hier rein erst einmal Licht. Weil das ist immer wichtig in Klassenräumen. So, dass das Ganze hier auch schön leuchtet. Und was natürlich nicht fehlen darf, es kommt eine normale Tür rein. Eigentlich wäre es sogar besser, die da vorne hinzusetzen, weil dann macht sie deutlich mehr Sinn. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist Parkettboden. So, und dann haben wir hier vorne zumindest auch schon mal wieder einen Klassenraum zugewiesen. Der dann der Hoffnungsträger unserer Gesellschaft hier irgendwann mal dazu bringen soll, möglichst effektiv zu arbeiten. Also ihr seht schon, da ist vieles möglich. Ich bin begeistert. So, es wird gearbeitet, es wird eingebaut. Die Warmwasserversorgung sollte damit dann auch irgendwann mal funktionieren. Was ich mir jetzt noch ein bisschen Spaß mal eben mitmache, ist hier vorne noch ein paar große Gefängnistüren einzubauen. So zum Abschluss dieser Folge sozusagen, die dann da vorne an die verschiedenen Stellen eingebaut werden können, weil die müssen sowieso da rein. Hier vorne diese Türen können wir mittlerweile auch mal vom Entriegelt-Modus befreien. Das gilt, das gleiche gilt für diese ferngesteuerten Türen hier an dieser Stelle. Entriegelt. Achso, die habe ich jetzt natürlich die falschen erwischt. Das tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht. Ferngesteuerte Tür, gehst du auch wieder zu? Ja, du gehst wieder zu. Gefängnistür, ferngesteuerte Tür. Entriegelt. So, dankeschön. Das gleiche gilt natürlich, wie gesagt, für diese ferngesteuerte Tür hier vorne. Entriegelt und ferngesteuerte Tür entriegelt. Nein, nicht schließen. Einfach. Ach, komm. Bei Signal, bei Signal öffnen. Ja, wäre gut. Ich brauche aber eigentlich nur... Ja, genau. So, hat sich erledigt. Meine Güte. Ich war ein bisschen verwirrt, aber passt schon. Alles wunderbar. Was der hier für einen Auftrag hat? Ja, ich weiß. Das Spiel setzt immer ganz gerne alles auf... Für... Ach Gott. Ähm, ja. Das Spiel setzt mir immer ganz gerne hier eigentlich alles auf alle möglichen Freiheiten, wo ich kein wirklich großer Freund von bin. Weil die Gefangenen natürlich mit diesen Freiheiten machen, was sie möchten. Wir müssen natürlich hier vorne nicht vergessen, diese ganzen Türen alle standardmäßig auf offen zu setzen, weil ansonsten funktioniert hier gleich wieder nichts mehr. Die alle an ein Türkontrollsystem anzuschließen, ist vermutlich ein bisschen viel. Das darf man immer nicht vergessen. Der Kollege hier vorne hat höchstwahrscheinlich auch wieder irgendwas gemacht. Häftling durchsuchen wäre natürlich keine schlechte Idee. Und das hier vorne kann irgendeiner mal wegwerfen, weil da steht ja schon so ein paar Tage draußen im Regen. Das dürfen wir nicht vergessen. Du darfst durchsucht werden. Du darfst übrigens auch durchsucht werden, weil ihr steht hier vor... Ihr seid hier alle gerade zu der Mauer gelaufen. Höchstwahrscheinlich werdet ihr irgendwas mitgenommen haben. Ja, natürlich Handys schmuggeln. Ey, wir kennen das ja schon. Hier der Kollege. Nein. Der Kollege. Ja, ich weiß. Ich muss mal eben warten, bis da die Türen drin sind. Sonst kann ich nämlich nichts dagegen machen, dass da immer mehr Leute reinlaufen. Der hier wird vermutlich das gleiche machen. Ja, Häftling durchsuchen. So, komm, bau die Türen jetzt da ein. Das wird nämlich langsam doch ein bisschen viel, was hier an Leuten Flucht ergreift. So, Tür einbauen. Ja, Tür einbauen. Entriegelt. Und Tür einbauen. Entriegelt. Dankeschön. Und hier natürlich auch nicht vergessen, die Tür zu entriegeln. Ich weiß, ist natürlich gerade gut für den Kollegen, der jetzt hier gerade ein bisschen Holz mitgenommen hat. Aber trotzdem, nö. Ab sofort ist dieser Bereich tabu für alle. Hier vorne bleibt es natürlich bei normalen Sicherheitsstufe, die immer gilt. So. Jetzt können wir aus Langeweile mal eben noch in Auftrag geben, dass hier jemand sich um diesen dämlichen Zaun kümmert. Und alles Weitere, meine Damen und Herren, wird dann Stoff zukünftige Episoden werden, würde ich sagen. Dürfen wir ja immer nicht vergessen. Wir sind bei 20 Minuten Episoden eigentlich ganz gut dabei. In diesem Sinne, wir haben ein bisschen Geld ausgegeben. Wir haben nur noch ungefähr 100.000 Euro weniger als vorher. Aber dafür ist hier mittlerweile doch einiges Schönes entstanden. Die Werkstätten funktionieren mittlerweile alle so, wie sie sollen. Und der Hochsicherheitstrakt ist endlich fertig. In diesem Sinne, beziehungsweise wird gerade fertig gebaut. Naja. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.